gar nicht ja ich habe fußbodenheizung tatsächlich also meine ganze wohnung wird durch fußbodenheizung gewärmt weiße besser ja sagt jedoch aber das ist richtig unbequem leute das ist richtig scheiße also das auch für das richtig unbequem mit der legging drunter ist es eine hölle die jeans ist ein schmarrn es ist arsch kalt draus leute also echt also es ist echt eklig abfall also da kann man nicht einfach das anziehen das am besten ausschaut weil die jean würde auch vorziehen aber es ist erstens viel kälter als die jogginghose also viel 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 kälter ihr weiß auch nicht was zieht ihr denn im winter an dass euch warm bleibt wenn es ja länger draußen sein weil das würde ich echt gern wissen weil wenn ihr so ein schaß da eine schreibt also das gibt es ja nicht also wenn ihr wenn ihr da findet das jeans dabei also ist euch nicht kalt also mir ist so arsch kalt wenn ich nur ein jean anziehen sie lasst mir doch einfach keine socken tragen was ist mit euch die kargose könnte theoretisch aber also die jean ist arsch kalt das sage ich euch also ich weiß nicht keine ahnung also das ist jetzt die jogginghose die alle wollten i don't know ja ist so also für real warum warum soll ich zu hause wenn ich nicht will socken tragen wieso nein man ja ja ihr habt nur eine zur auswahl sind meine letzte rettung also das ist jetzt die kargo das ist so eine kargo jogginghose schaut ganz cool aus ja und die ist relativ warm also das ist nur die kargo jogginghose das wäre so meine letzte hoffnung also das ist jetzt die kargo ich weiß es selber nicht also was ich dazu sagen soll es ist kalt für mich ist es kalt draußen es schneit also natürlich ist es kalt diese mütze nur mit kargo bitte das ist ja kargo ich ziehe jetzt nur mal die an ich ziehe jetzt nur mal die an gar nichts ähm ja ich wollte einmal ich ziehe sonst einfach irgendwas an ich wollte einmal fragen und jetzt machen die da alle irgendwie ich weiß es nicht also keine ahnung das wäre jetzt die andere jogginghose mit der lecken halt drunter und die ist halt ja so ein bisschen gepolstert aber ich kann auch ein schwarzes Oberteil dazu nehmen ja ich habe keine weiße Haube ja wie runterziehen so oder wie schaut ja doof aus wenn da müsste ich es halt reinstecken aber es ist halt voll viel dann was da alles drinnen steckt so halt aber ich finde reinstecken schaut voll scheiße aus also halt so ob sie low no oh Gott ähm no Leute ich will nicht die an ich will die Mütze anlassen egal was ihr sagt ihr lasst diese Mütze an ja es ist halt wirklich so jetzt will ich einmal fragen und dann keine Ahnung ja ja also keine Ahnung so fing es eigentlich ganz cool so geht es auch ja ja entweder halt so oder ich nehme halt das schwarzes dazu aber ich lasse die Hose jetzt an ich ziehe mir nicht nur einmal rum so also das wäre das jetzt gewesen aber weil die meisten haben Kürze ja weißt du also ja blaue Pulli aber dann irgendwie doch näht ja keine Ahnung so du 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 also ihr habt wirklich noch nie so oft ein Outfit anprobiert in der Früh ihr zieht einfach immer irgendwas an und dann geht das schon zieht immer nur Basic Sachen an und dann reicht es auch ihr zieht nie wieder was anderes an echt fackt ja mies ab oh vor allem diese scheiß Rollkram vor allem so schwierig auszuziehen oh jetzt habe ich meine ganze Frisur an und verkackt echt also ihr macht es nicht nur einmal mit dem umziehen und live gehen nie wieder echt ja ich bin sie ihr wollt jetzt einmal nachfragen weil ihr einmal was schöneres anziehen wollt weil es halt kalt draußen ist aber ich lasse es ich mache es nie wieder echt es ist einfach nur nervig so so na es ist halt einfach nervig weil ja Jeder sagt halt was anderes Sonst kannst du es halt niemandem recht machen eigentlich Ja Egal Das ist jetzt einfach so Scheiß drauf Also ich frag einfach nur nach Ich frag einfach nur nach So Das ist mein Outfit jetzt Ja Weil ich werde jetzt nichts mehr anderes anziehen Never Ich muss nur kurz meine Haare widerrichten Weil durch diesen Rollen